Aber es gibt wissenschaftlichen Nachweis, dass die Verdichtung von Arbeit und die Beschleunigung von Arbeit, die wir ja auch erleben, Menschen aus der Bahn werfen kann. Und die Antwort muss sein, dass wir Konzepte finden, das zu vermeiden. Das erste ist, dass Menschen sich übrigens mal öffnen können, dass das kein Tabu ist und dass man nicht stigmatisiert wird. Das zweite ist, Arbeitszeit hat durchaus damit zu tun. Ich bin für sehr flexible Arbeitszeitmodelle im Lebensverlauf. Ich habe es ja vorhin gesagt, da sind Menschen sehr unterschiedlich, aber wir müssen vieles ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass irgendwann mal Feierabend ist. Darüber gibt es übrigens Arbeitszeitgesetze in diesem Land aus guten Gründen. Die sind aus dem Gesundheitsschutz entstanden. Und da ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen. Denn am Ende geht es darum, dass, ich sage jetzt mal offen, Arbeit zum Leben passt, aber dass die Arbeit, die Erwerbsarbeit auch nicht das Privatleben von Menschen und die notwendigen Ruhezeiten auffrisst.